So, gleich habe ich wieder Schild. Sieht aus wie ein Nilpferd. Was im Wasser sich bewegt, wird gestreht. So 16.000 habe ich gekriegt. Hab ich jetzt gekriegt. Echt nicht? Nein. Ha. Ja, nehmen wir die Klapperei hier oben. Jo. Oh oh. Na ja. Achtung. Das habe ich nichts bekommen. Mit doch nichts gekriegt. Ich auch nicht. Mit auch nicht. Hä? Das ist auch jetzt beschiss, gell? Oh, eine Anaconda. Oh, eine Anaconda. Ja, ja. Geh ruhig auf mich. Hast recht. Anacondas halten zusammen. Ich hoffe ja immer, wenn der Anaconda gerade auf mich darauf zufliegt, dass sie ihre fette Plasmakanone nicht auspackt. Also, jetzt gab es 36.000. Zu schnell war ich da. Meine Kunden da weg. Hast du was bekommen? Ja. 36.000. Ja, genau. Ich auch. Dann meine Wulscher. Oh, du nimmst die. Bei mir ist auch eine Wulscher angezeigt, die du hast. Ja, 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 ja. Aber jetzt sehe ich kein Zeichen mehr vor dem Flugzeug, äh, vor der Wulscher hier. Jetzt? Wenn du jetzt einen anderen ausgewählt hast. Ja, doch, hab was gekriegt. Oh. Fuck. Danke. Fuck. Aber es ist immer noch kein Schild. Doch, jetzt hab ich wieder das Schild. Ich hab grad noch mal ein Schildbooster gezogen, eine Schildzellenbank gezogen, damit das wieder voll ist. Ich geh grad auf so einen Imperial Kurier. Vielleicht war das vorhin bloß ein Bug, dass wir beide nichts bekommen haben und du davor auch nicht. Scheiße, ich seh nicht wo du bist. Hinter dir, aber ich hab dich grad aus Versehen einmal erwischt. Ja. Oh nein, 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 nein. Kein Problem. Entschuldige. Ich hab genug Schild noch. Sorry. Das passiert, wie gesagt. Das ist das Problem. Du siehst halt nicht, ob unten oder oben einer ist. Geht schon. Komm mal hier. Du musst du dir wohl schon nehmen, die acht Kilometer weg von mir ist. Stimmt. Ne, mach die mal platt. Mal gucken, ob ich was bekomme, wenn ich nichts mache. Die ist so schnell, die ist so schnell. Ne. Ne. Also meiner Rechnung nach haben wir jetzt knapp eine halbe Million gemacht. Können das sein? Ja. 493.000. Ja, genau. Aber so viel haben wir doch noch gar nicht abgeschossen, oder? Ich weiß nicht, wenn der Bonus zählt, mit wie viel haben wir jetzt? 40%? Echt? Haben wir? Ja, doch stimmt ja. 40%, ja. Rang 2. Gehen wir auf die ASP? Ja. Ja, das Ding ist halt, ich komme nicht so nah ran und nicht so schnell hinterher. Und treffe dadurch halt das Kraftwerk nicht so gut. Ja. Hauptsache, du kriegst noch was ab vom Kuchen. Ja, ja. Ich brauche noch ein bisschen, ich wollte mir noch eine zweite Anaconda kaufen. Hä? Nein, natürlich nicht. Und dann wird er als Handel ausrüsten. Das wäre erst drei Anacondas. Eine Handel Anaconda, eine Explorer und eine Kamp. Ja. Das wäre dekadent. Ja. Ja. Dann musst du dich leider melden. Du bist ein Cheater, du. Ich kann, dass ich 300 Kuchen ausleisten. Ja. Ja. Wie ist der? Du Alper. So, ich balle hier grade auf ne Kurir. Ne Kurir. Ne Kurir. Ich hab dir einen scheiß Düppel. Aber das hast du eh immer vorgehabt, dass du mit Anaconda ins Kampfgebiet gehst. Wolltest du das mal ausprobieren, hast du gesagt. Ja genau. Klappt auch ganz gut. Hast du grad ein Ziel ausgewählt? Ja, ne Weiber. 41% Ah ok. Null. Weg. Igel. Ja, aber wir auch. Ah, genau. Die gleiche. Kurier. Jawohl. Das läuft wie sie am Knirsch näher. Ah, läuft echt. Wir sind auch mehr grün wie rot. Gott sei dank, ja. Ich wieder leser schon hier. So, die nächste Vulture. Ja, die Gegner haben heute nicht so viel zu lachen. Aber leg mal, du bist ja zu fünft in einem Geschwader unterwegs. Das ist ja nach 5 Minuten überhaupt keine Gegner mehr. Ich meine gelesen zu haben, es gibt 5er Geschwader. Ich dachte auch immer 4. Ok. Ich glaube es gibt 5. So was auch. Oh ne Anaconda. Ja hau. Wenn sie tüppelt, dann flieg ich sie halt mal an. Also das Kraftwerk geht ganz schön schnell runter. Mein Ernst. Das ist echt übel. Null weg. Da gehen ja auch locker mal, weiß ich nicht. 5, 6 Schiffe oder so drauf. Ja. Oh, den Perry Clipper. Jo. Ja, ja. Bleib ruhig. Aber das ist ein bisschen gemeint, dass sie so schnell wie down geht. Na gut, jetzt ist wieder hier Feuerwerk hier. Weser schon, aber. Das sieht schon geil aus. Ja. Die könnte ich nur noch drehen, ich weiß gar nicht. Ich weiß echt nicht wohin, ja. Nö. Weg. Arme, arme, arme Clipper. Mit Rex Viper. Ja. Da hast du jetzt mit Powerplay wieder angefangen? Oder vorher schon? Vorher schon. Ein bisschen gehandelt. Ja. Da hab ich mal in zwei Community-Goals mitgemacht. Da gab es 23 Millionen und da konnte ich noch schön ein Schiff holen. Und da hab ich gedacht, okay. Haha. Da hat sich die 15 Millionen Miese von damals wieder weggemacht und da hab ich einfach angefangen. Ja. Powerplay. War wieder ne gute Erneuerung. Was neugierig ist, was das ist. Und. Ja. Also im Prinzip ist es schon nicht so schlecht, aber es ist halt dann doch an einigen Stellen unausgereift einfach. Ja, mit diesen, mit diesen Dingen sammeln. Ja. Dass dann, wenn die Woche vorbei ist, die Hälfte weggeht von dem, was du letzte Woche hattest, dann musst du wirklich mit dem Arsch hinterher sein, dass du hier genug zusammenkriegst in der Woche. Ja, also irgendwo finde ich es okay, dass es weggeht, weil sonst wärst du ja ewig zum Beispiel auf Rang 5 oder so. oder auf Rang 4. Ja. Aber halt, wie das gemacht ist, wie man die Punkte bekommen kann, das finde ich doof. Naja, es ist, diese Crimesweeps mit diesen einen, was du kriegst, das ist echt lächerlich. Das ist echt lächerlich, weil ich meine, du müsstest 100 Schiffe weg rausziehen. Ja, du musst 750 Schiffe abziehen, also. Denkst du dir auch. Ne, danke. Ja. Und wenn ich richtig mit Kämpfen habe ich das angefangen, wo ich die immer zugeguckt habe, wo du die Wulcher gehabt hast und gekämpft hast. Du hast das Schiff auch mal und gehst auch mal in eine Kampfzone. Ja. Seitdem kämpfe ich eigentlich. Das macht mir mittlerweile auch, ja, am meisten mit Spaß. Gerade mit der Wulcher, die ist halt echt ein übelstes, so Brocken. Da kommen die Gegner nicht so schnell durch. Ja, stell dir mal vor, die hat noch ein besseres Kraftwerk, der wäre so OP. Da würde im Forum alle heulen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, so noch ein, zwei, drei Megawatt mehr. Wen hast du denn? Guck mal, es gibt eine Anaconda mit ein paar Prozent nur noch. In der Liste. 84 Prozent hat die noch. Okay. Die hat gerade 87 Prozent und die hat 82 Prozent. Ja, genau. Ja, genau. Da gehe ich gerade drauf. Alter Falter, ey. Ich bin gerade angekommen. So, nehmen wir die andere Anaconda noch. Ich bin fast durch ihr Trümmerfeld gerade geflogen. Auf einmal war es so hell um mich drumherum. Nein, geh weg. Bin nix getan. Ach. Ohp, 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 ohp. Mit dieser weniger. Also. Das ist nå die Egel. Jaa? Genau. genau es macht Spaß auf jeden Fall macht echt Bock man muss sich viel machen höhe ich gebe immer bloß einen einzigen Laserschuss ab und lass dich den Rest machen ja ja das sah auch nicht so aus bei der anderen Kontas das ging ja von 60% ab Null zack da hinten ist eine Cobra, die hat aber nicht mehr viel, da komme ich nicht mehr hin ich auch nicht, glaube ich aber 100 Meter noch? das könnte knapp werden, nein, nichts bekommen so da ist eine Elite-Bulcher nein, ach da oben Elite-Bulcher die düppelt gerade ich habe gerade eine Igel in der Visier keine Ahnung das ist blöd das ist da nicht so ach so, die Igel ist kaputt, kann das sein? ja jetzt ist sie kaputt ja oder mal vielleicht ich habe vorhin auch in der Liste gesehen welches Ziel du ausgewählt hast ok guck mal ja, stimmt sehe ich auch warte mal, ich gucke jetzt mal kurz in der Steuerung ob es da eine Taste für gibt um den Bing-Kollegen zu helfen das ist so abartig, wie lange einfach nur die Liste ist von der Steuerung ja zielen WINGMAN 1 wählen wählt das erste Schiff im aktuellen Geschwader aus? ne ach doch, man kann doch bloß zunehmen ach hier, WINGMAN Ziel wählen nach der Auswahl des Schiffs in deinem Geschwader wird mit dieser Option das aktuelle Ziel des Schiffs ausgewählt das ist ja geil doch gibt's unter dem Bereich die Taste wäre? die ist gar nicht vergeben darfst du selber was aussuchen darf ich selber wählen genau ich überlege gerade was ich noch frei habe ich glaube J habe ich noch frei oder? ja, keine Ahnung nehmen wir da nicht Fahrwerk oder irgendwas? ne Fahrwerk ist bei mir F oh auf mich wird geschossen ich muss mal kurz eine Clipper ja oh Rakete im Anflug ach ne siehste bist du auf eine andere Clipper? ne jetzt gehst wo es dir nicht mal angezeigt ist auf die gehst eben warst du noch auf der wo ich jetzt gerade drauf bin ah ja doch jetzt bin ich auch oder du bist jetzt auf der ist krass wie die manchmal dann einfach so das Feuer einstellen so wie die die Schilde weg haben ja oder dann halt einfach abdrehen versuch abzuhauen ja genau fahr ich dir halt rein du hast mal gesagt im Video das willst du nicht machen ja einmal darf ich lame einmal darf ich und dann nehmen wir auch bitte keine Clipper das ist das schönste Schild ja ich weiß ich weiß tut mir auch ein bisschen leid ja ich sag's dir jetzt oh meine Schilde oh 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 ne Cobra schießt mich an oh ja die Säcke gehen mit Raketen auf mich ich muss mal hier die blöde Cobra erledigen geht mir grad übelst auf den Sack ach da hinten ich hab's gesehen ich komm gleich bleib hier was passiert eigentlich jetzt wenn ich jetzt aus dem Dings raus aus dem Kampfbereich raus muss weil ich kein Schild mehr habe wirst du normalisch mitgezogen oder das dürfte theoretisch nicht gehen weil ich noch jetzt habe ich die Taste vergeben aber es wählt mir dein Ziel nicht aus ich glaube ich muss dich jetzt hast du es ausgewählt dich nochmal ja jetzt habe ich es manuell ausgewählt ja achso achso ich muss mal noch näher ran wäre nett ja so